Hier haben wir einen typischen Flohmarktstand. Hier gibt es Schuhe, hier gibt es Sachen zur Wohnungseinrichtung, Spielzeug, Eisenbahn entdecke ich. Hallöchen, macht es denn Spaß hier auszustellen? Ja, klar macht es Spaß. Super Wetter, Sonne scheint. Super Wetter, ne? Gute Leute. Verlockende Angebote, mit Beratung hier, ne? Mit Beratung in den Stand. Was suchen Sie für DVDs? DVDs suchen wir, Westernfilme. Westernfilme haben Sie leider nicht. Schade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie sind Sie denn mit dem Geschäft zufrieden hier auf der Flohmarkt? Wir machen das auch Spaß an der Freude, darum ist es auch nicht allzu teuer. Alles klar, weiterhin viel Erfolg und viel Spaß hier. Schönen Dank. Hier ist der Geschäftsmann, wie gefällt es dir denn hier auf dem Flohmarkt? Mir gefällt es gut. Dir gefällt es gut? Auch schon was verkauft? Ja. Tschüss. Hallo, endlich mal wieder Flohmarkt hier in der Fußgängerzone. Ja. Sind Sie mit dem Geschäft denn zufrieden? Bis jetzt ja. Bis jetzt ja. Das Wetter macht ja diesmal heute auch mit. Ja, gerade sieht es ganz gut aus. Dann wünsche ich ja noch gute Geschäfte. Dankeschön. Hallo. Ja und hier haben wir eine Besuchergruppe. Wie gefällt Ihnen das hier auf dem Flohmarkt? Gut. Gut. Haben Sie auch schon was gefunden, was so Ihren Vorstellungen entspricht? Ja. Ja? Wir suchen hauptsächlich nach Büchern und Spielsachen. Aha. Aha. Musik 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 Ja und für den Fall der Fälle ist das Deutsche Rote Kreuz zur Stelle. Genau. Vielen Dank. Danke. 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal.